Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde des SmiteRanks. Heute sind wir ein bisschen mit Zanodas in der Midlane unterwegs. Eine Sache gleich mal hier gleich mal klarstellen. Leute, ich will eure Meinung zu etwas wissen und zwar Streamer Mode. Was haltet ihr davon? Bitte. Loki 1, Circuit 4. Circuit fehlt natürlich. Drei Assassins, Digga. Freunde, warum wollt ihr mich so ficken? Ja, wir reden heute mal ein bisschen über Streamer Mode. Aber wir machen jetzt mal Pause, weil die Circuit fehlt. Okay, Pause wieder weg. Nice, wir machen jetzt wieder da. Streamer Mode, Leute. Streamer Mode, ich glaub's ja nicht. Scheiße, Digga. Digga, jetzt mein Poseidon nicht. Solo Lane, Alter? Was ist denn hier los? Ich hab drei Assassin's und die sind alle in der Base, Alter. Ich geh nicht mit Länden, Digga. Fuck it. Also Leute, wir reden heute über Streamer Mode. Und ich mach das hier gerade spontan, also ich wollte ihn nur einfach nennen. Gut, das Game wollte ich einfach nur mal aufnehmen. Also, was haltet ihr von Streamer? Ich sag euch mal, was ich von Streamer Mode halte. Absolute Scheiße. Ich find, die Idee dahinter verstehe ich. Alles gut, ähm, das Game ist safe verloren. Danke für den Red, Bruder. Ähm, den Sinn dahinter verstehe ich. Das ist wahrscheinlich für die Pros gedacht, dass die nicht stream-gesnipet werden können. Weil, dann steht da hier ein Name und dann können die nicht sagen, ah, okay, gerade streamt der und der und ich kann auch sein streamen und währenddessen kann ich schauen, was der Bruder so macht, ne? Bruder, was klaust du mit den Kills? Den hab ich mir hart gekämpft. Boah, schade, Alter. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich, wie gesagt, für die Pros halt, weil die streamen oft und lange und die werden ja oft stream-gesnipet, dass die dann halt nicht stream-gesnipet werden. Ähm. Boah, ich nehm mich auseinander, Digga. Drei gegen fünf. Mir auch scheißegal. Ja, dann gehen wir mal auf die, auf die Duelane. Ah, ich glaub, die Midländiger, fuck it. Ja, genau, dass die nicht stream-gesnipet werden und alles. Versteh ich. Der Sinn dahinter ist ja okay. Aber dann nutzen das Leute dafür aus, um rumzutrollen. Und, äh, man kennt ihren Namen ja sowieso nicht. Und bringt nicht Hi-Rez, äh, einen Screenshot zu schicken. Nee, der hat, äh, der Loki 4 hat mich gefickt. Was ich mein, das kann ich ja nicht sagen, Alter. Was bringt das denn? Und, äh, Leute zu bannen, ja, zu reporten. Na, keine Ahnung, ob das, wie lang das, wie oft muss man jemanden reporten, dass das dann am Ende wirklich was bringt. So. Für die, die gebannt wurden, die wissen es vielleicht. Falls die mitgezählt haben, wie oft die schon, äh, reported wurden. Aber, ich mein, du weißt ja auch nicht, wie oft du reportet wirst. Aber, äh, wie oft man eben diese Nachricht bekommen hat. Also, wenn vier, ein, äh, ich glaub, wenn drei. Drei oder vier, äh, Minimum, müssen einen auf einmal reporten, dass du dann halt wirklich so diese Nachricht kriegst. Du wurdest reported. Aber ich weiß nicht wann, bei wie vielen, äh, wirklich bei diesen Nachrichten du irgendwann dann halt wirklich gebannt wirst oder sowas. Ah. So, ich bin Level 5, DG. 3, 1. Ich bin, also, oberth, der, die Arachne, die, ist, äh, kriegt halt fett Farben gerade. So, wir ficken jetzt. Wir versuchen jetzt, was die Sanami auseinanderzunehmen. Aber die Pushen in der Mittelländiger. Was willst du denn da jetzt machen? Weiß nicht mal. Bruder. Was denkst du, wo du hingehst? Grund. So, und jetzt wieder in der Mitte. Ja, ich weg mal. Braucht Trance. Was denkst du, wo du hingehst, ne? Don't do. Äh, ja. Und dann, ähm, wie gesagt, gut für Pros. Schlecht. Aber für uns, für die Trolls, ist es einfach nur, wieder gut. Weil, dann hast du hier solche Leute, die irgendeinen Scheiß in Rank picken. Und dann, oh, ah, lol. Ich wusste gar nicht, seit wann ist denn das so, dass der, das, die Leiche und dann hat das noch. What the fuck? What the fuck? Lol. Okay. Oh, die Streamer-Mode ist back. Ja, und, äh, dann nutzen das halt diese Scheiß-Trolls aus. Pickling Rank, äh, kriegen da Adi-Carry und, äh, Support-Dir. Dann krieg ich nen Loki Adi-Carry mit Serkett-Support. Dann krieg ich noch nen Talatot-Jungle, weil, äh, äh, drei Assassins, äh, äh, zwei reichen nicht. Ich brauch drei. Äh, genau. Oh nein, ich hab Angst, aber an sich warte ich nur auf meinen Blink, alter, um dich zu ficken. Nein. Nein. Mann, Argus, fisch dich. Bruder. Äh, Ult-Z. Bruder, du hast doch, hast du nicht gerade gesagt, Ultimates? Achso, Ultimates ist down jetzt. Ich hab gerade verstanden, Ultimates ist Radial, ne? Oh, mein Streamer-Mode Serkett-Support ist da. Nice. Also, ich geh mal davon aus, dass wir das Game immer noch gewinnen werden, weil, die haben auch gerade 3 gegen 5 nicht wirklich ne Chance bekommen. Nice, Digga, mein Tanasus geht auch ab. Okay, Bruder. Bruder. Nice. Ähm, Poseidon. Bruder. Du. Ich weiß nicht, ob du es geblickt hast, dass wir gerade ein 3 gegen 5 gespielt haben und dass du deinen Jungle-Buff deswegen nicht gekriegt hast. Ist ja wohl normal, dass du den dann nicht kriegst. Ja, lass dir das Ding aus. Da kommt der Arachne, Digga. Bruder, Arachne. Nein. Nein, nein, Digga. Nein, die hat mein Dash gestaubt. Ich glaub's ja nicht. Äh, shit. Jetzt guckt euch mal an, Alter. Wir sind 600 Gold behind, als wir 3 gegen 5 waren, Alter. Jetzt haben wir dieses Streamer-Mode Dua-Lane. Was, äh, Split-Pushen wird hart, wahrscheinlich. Das ist safe in Loki, der nur Split-Push, Alter. Ich mein, die haben ja nicht umsonst Streamer-Mode drin, Digga. Äh, shit, ey. Ja, Leute. Mich würdest du mal wissen, was ihr von Streamer-Mode hält, haltet. Und gibt's natürlich welche, die das wirklich verwenden? Mit nem, mit nem, äh, mit nem guten Argument, sag ich mal jetzt. Bruder, du haust mir nicht ab, Alter. Egal, hab da, ich hab dich mitgenommen. Mir ist scheißegal. Ja, oh Gott, ich hab eine wichtige Sache vergessen. Na, uh. Geht ja mal gar nicht, Alter. Geht ja mal gar nicht. Okidoki. Ähm, aktuell sterben wir die ganze Zeit, weil wir keine Beats haben. Weil mich dieser Knock-Up von Argus, äh, oft fickt. Ähm. Deshalb, schnell versuchen, zu Level 12 zu kommen, weil ich Beats brauche. Unbedingt, auf jeden Fall. Oh, der Egg ist eins von beiden. Bin mir noch nicht sicher, was ich... Ich werd wahrscheinlich Beats holen, weil auch wegen Zerberus. Später. Ja, nimmt meinen Tower. Ja, dieses Skin ist so hässlich, Digga. Ich hab mit diesem Skin gespielt. Spielt nicht. Das ist so hässlich. Der hat mich eher selber angekotzt. So. Puh, der war knapp. Mein Kill. Also, ich folg den Panathos, weil der ist gut. Mit dem können wir auf jeden Fall gewinnen, wenn wir Oli kurz auseinander zerfetzen. Was macht der Loki? Äh, Loki ist tot, weil... Keine Ahnung. Dieser Nami. Oh, Alter, wie ist denn der Loki Level 7 geworden und dieser Nami noch Level 8, Digga? Wie funktioniert das, Bob? Ähm... Ist dieser Nami noch links? Nein, ist sie nicht. So, der soll backen, Alter. Äh, ja, wo waren wir stehen geblieben? Äh, benutzt einer von euch Streamer Mode. Und... Gibt's da echt gute Argumente dafür, das zu benutzen? Weil ich glaube, jeder, der Streamer Mode nicht benutzt, äh, mich eingeschlossen, hasst die Leute, die Streamer Mode benutzen. Äh, shit, ey. Hallo! Ich wollte mir nochmal Hallo sagen. Nein! Nein! Ich hab sie nicht getroffen! Ah, shit! Und wieder hat mich Argus gefickt. Mit seinen fucking Lock-Up, Alter. Unbedingt. Unbedingt brauch ich meine Beats. Beats, 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 Beats. Weil ich hab schon drüber nachgedacht und mir ist nur ein Argument eingefallen für Streamer Mode und das war halt einfach für Pros, dass sie nicht stream-gesniped werden können. Naja. Aber zum Glück ändern die das ja mit der, mit der Scheiße. Mit dem Streamer Mode, dass du bei dem, also beim nächsten Patch, glaube ich, war das schon. Ähm. Oh Gott, ich hab nicht getroffen, Digga. Ich hab nicht getroffen. Hab alles verfehlt. Okay. Ich hab so viel verfehlt, wie es nur ging. Kein Problem. Zum Glück bin ich nicht der Einzige, was verfehlt. Genau, die werden beim nächsten Patch ändern, ungefähr. Der Streamer Mode, den gibt's dann natürlich immer noch. Äh, du warst gerade schon, dass ich da einen Tower nehme und dass ich dich ficken werde, Alter. So. Oh fuck, da ist nicht der Name. Thanatos, hilf mir, Bruder. Okay, die kommt nicht. Ja, dass die es ändern werden. Also Streamer Mode gibt's dann immer noch. Und die werden ändern, dass man, ähm, seinen, also dass man die Namen von anderen nicht mehr sieht, glaube ich. Was? Irgendwie war da was. Auf jeden Fall werden die dann, entweder werden wir dann alle bei denen als Streamer Mode natürlich angezeigt. Oder die sehen unsere Namen nicht. Eins von beiden war's. Ja, ja, dachten. Haha, die werden so zerfetzt, Digga. Huh. Naja. Ich hoffe, die machen das beim nächsten Patch. Weil wenigstens können die Leute dann, die das als, ähm... Wieso ist das so ein Fick, sollten wir aufgeben? Hält mir auch kein Argument dazu ein. Äh, nein. Hallo. Ich bin nicht Level 12. Oh, ich Idiot. Ich hätte kurz irgendein Backhand machen können. Nicht schleppen, egal. Was macht der Loki? Streamer Mode Loki. Macht sich sogar gut. Hätte ich nicht gedacht. Aber die haben wir auch am Anfang hart verkackt. Was ich, äh... Nicht verstanden hab. Nein, mein Tower. Nini, 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 nini. Ah ja, so ein Tipp für Zernunas. Für die, die Zernunas vielleicht nicht so oft spielen oder sowas. Ähm, wenn ihr jetzt... Also ihr kämpft jetzt gerade ein 1 gegen 1. Ihr setzt eure Out-Attack ein. Also Out-Attack-Cancel... Ähm... Gibt... Ja, es geht. Aber es geht schon. Also, wenn jetzt der jetzt hier ein Gegner wäre. Also Out-Attack 2, Out-Attack. Daschen, stoppen, Out-Attack. Also schnell mit eurem Dash. Also wenn natürlich keiner... Ihr müsst natürlich auch bedenken. Ihr habt danach kein Dash. Aber wenn ihr noch... Direkt noch dasht und den Dash stoppt bei ihm, dann könnt ihr noch weiter angreifen. So könnt ihr halt so richtig gut Damage machen. Scheiß auf den Mid-Tower, Alter. Sagen wir... Wir difen. Difen wir? Difen wir? Difen wir? Nein, wir difen nicht, Digga. Also. Dat, dat, dat. So macht man Dillz, ne? Opsi, Daisy, da ist Markus. Mann, Markus, hoppst dich. Bis dich, bis dich. Bis dich, bis dich. Boah, du wirst safe. Sterbendal. Mann, Markus, bis dich. Difen? Difen? Eigentlich will ich da öffnen. Okay, Leute, wir machen jetzt einen Blink. Blink, Action. Blink, zwei, Dash, Stop, tot. Okay. Oder auch nicht, weil sie gebackt sind. Gut, Digga, dann machen wir einen Free Tower eben einfach. Ey, die sind einfach weiter gebackt, wohl. Ah, die haben ein bisschen Respekt gehabt, weißt du? Ist mir recht, level ich mich hoch. So, wir holen uns schnell Beats. Oh Gott. Äh, ich bin so geslohen. Mann. Ich bin so ein gieriger Basta. Wieso lerne ich nie dazu? Könnt ihr das auch nicht? So an sich hätte ich backen können, weil sie hätte es nicht geschafft, mich zu treffen, bevor ich gebackt bin, glaube ich. Aber nein. Man geht Risiko ein, macht eins gegen eins mit halber Leben, halt. Oh Gott, geile Loki-Ultim. Komm schon. Ja, nice. Habt ihr gut gemacht. Also in keiner Welt könnten wir dieses Game verlieren, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn wir dieses Game verlieren, aber sie auch nicht. Gut, der Poseidon kriegt ein, kriegt der hart aufs Maul oder? Ah, ist klar, hält sich ein Grenzen. Ah, der Tower-Rechte ist eh verloren. So. Jetzt tauschen wir mal das da. Ach so, das ist ein Gap-Solo, Alter. Kann ich gemerkt. Oh Gott, Arachne. Die will, die will dein Speed, Bruder. Guckt euch das an, Digga. So weit zum Speed gehen, rasten drei Assassin's aus. Komm, wo wir sehen. Scheiße, Alter. Leute. Die will den Speed klauen und drei Assassin's rasten aus. Digga, jeder blinkt hin, ultet für den Speedwaff. Scheiße, das war gerade so geil. Das war gerade echt legendär, Mann. Ja, aber verstehe ich. Ich meine, es geht um Speedwaff, Alter. Da kann man schon mal kurz ausrasten. Ja, Junge. Junge, Junge, Junge. Das war gerade echt nice. Ich weiß gar nicht, warum ich Wads gekauft habe. Cash, will ich... Ach so, warte, das ist jetzt ein Rank-Game, gell? Ich... Ja, ich stimme. Hm. Nee, 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 nee. Uuuh. Mhm. Nicht schlecht, Digga. Das war so schlecht gerade von mir. Jetzt habe ich Peace gekauft und ich verpende sie nicht mal, Alter. Ich dachte, ich überlebe safe. Komm, ich dash kurz weg. Boah, überlebe das noch. Oh, nice. 0, 0, 0. Ja, okay, der ist ja solo. Hat er kein Wunder, mach ich dem kein Damage, Mann. Das ist Serenity und schon Hyde. Ich dachte schon. Okay, okay. Sollen wir uns noch Executioner. Jetzt machen wir den mal ein bisschen. Gut, Penetration haben wir dann jetzt. Danach, 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 danach. Weil wir einen Gap und Zebrus haben, würde ich sagen, gehe ich auf Chinses wieder. Kommt mir vor, als würde ich zur Zeit, weil sie, wenn ich Elysee spiele, irgendwie immer den selben Shit bauen. Weil ich aber auch immer einen Gegner habe, die übelst, äh, auf hart leben gehen, Alter. Das ist so eine Penetration-Meta, anders kommst du gar nicht durch. Danke für die Goldfury, Bruder. Wie, ich habe sie nicht bekommen. Das geht doch gar nicht. Nein, nein, ich habe keine Beats. Was ist das für ein Game? Verdammt, Alter, ihr habt zu viele Tode. 6, 6, 6, 6, 6, Sega. Oh, ne? Diese verfügten Pisser, Alter. Dieser Nami denkt sich wahrscheinlich ganze Zeit, diese Hurenzöhne. Herr, Alter, warte mal, ist Loki gerade nicht gestorben, Alter? Wie ist denn da an dieser Kette? Äh, die Arachne. Jetzt mal ungelogen. Ich glaube, ich brauche das da. Oh, nein, Digger. Hat die gebatet? Die hat gerade so hart gebatet? Ich glaube es ja nicht. Alter, den vorseitem habe ich gerade auch nicht erwartet. Tina hat gar keiner erwartet. Der hat sich wahrscheinlich selbst nicht mehr erwartet. Naja. Also, krass, dass die die Goldfühle bekommen haben, weil ich habe eigentlich im perfekten Moment, habe ich eigentlich geultet. Warte. Achso, ich bin so dumm. Mein Ulti macht gar kein Damage an Objectives. Für die, die sich in dem Moment dachten, warst du ein Idiot? Ja, ich habe es vergessen. Ich habe gar nicht daran gedacht. Ich habe nur daran gedacht, die Scheiße zu stehlen, Alter. Aber ich werde es extra in die Beschreibung, nee, in die, in die, in die, da reinblenden, wo ich die Goldfühle ulti und dann reinschreiben. Du Idiot, du. Goldfühle. 10-100 Ulti macht kein Damage an Objectives. Können wir, können wir, rechts ganken. Das meine ich mit, ähm, kein Damage, Alter. An diesen Gap und Cerberus. Ah, also wirst du mich picken, ne? Ey, easy. Ja, okay, nicht easy, aber, ja gut, ich, ich hätte sie auch gekillt. Ich hätte sie auch gekillt. Nein, wir backen, also wir machen nicht schon wieder den gleichen Fehler. Obwohl, ich kann mir Lifestyle holen und da kann ich helfen. Komm schon. Ahem. Arachne ist links, Alter. Ah, verfickter Augusti, aber fiss dich doch einfach, du Hund. Wo ist die hin? Argos hinterherlaufen. Fuck, die ist weg, Alter. Ich bin so scheiße, ich hab nicht zu klopfen. Man pisst dich, Digga. Ah, dieses Game ist schwer. Ich brauch Penetration. Ja, die haben viel Defense, die haben viel Defense. Digga, was wirst du denn dann, Alter? Hört doch auf, gleich aufzugeben. Guck mal, die haben dreimal Blink. Also ich hol mir Odysseys Bow, damit ich mit denen mit den Blitzen vielleicht treffe, damit die nicht blinken können und sowas. Und dann hol ich mir noch Titan Span. Oder Brawlers, eins von beiden. Vielleicht auch Brawlers wegen dem Heal von der Nacken. Guck mal, ich mach dem fucking 107 Damage, Digga. Also. Odysseys Bow. Und Brawlers. Hierbei bringt mir Brawlers nur bei Arachnitz zwar was, aber... Ja, und Isanami auch, weil die hat ja Divos und Assi, also. An sich ist es gut, passt. Nur ich komm an diese... Entschuldigung. Ich komm an diese Hera nicht ran, wegen August. Richtig Nervensegel. Ja, da kommen grad alle, Alter. Wenn die... Tun die Tower-Dython. Oh mein Gott, nein, im Leben nicht. Gehst du dich mal, Argus? Gehst du dich mal? Danke. Alter, was macht dich zur Kette da, Mann? Okay, dieses Game ist, glaub ich, doch verloren, Alter. Bleib mal stehen. Scheiße, Digga. Ich hör das Game trotzdem umklassen. Nein, es war nur, weil... Einfach nur, weil es witzig ist, Alter. Okay, Part-Yard, Part-Yard. Du wirst die Isanami, Alter. Bruder, du wirst wirklich gegen mich kämpfen, Alter. Ich fick dich. Ob, da ist ein Arachner, 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 Arachner. Oh, hu, hu, hu. Tja, Alter. Ja, ja. Jetzt geht die Party los. Wie lange haben wir Zeit? 38 Sekunden, bist du da rein? Uh, puh, Gap kommt zuerst. Scheiße. Der hat wahrscheinlich... Teleport, oder? Hat der Teleport? Der Bruder? Der Bruder hat Teleport. Oh, nice, Alter. Der Bruder hat Teleport, aber der Teleportiert nicht. Komm schon, krieg ich den Tower. Nein, ich krieg den nicht weit. So, Pisa. Guck mal, guck mal, jetzt mach ich den schon wieder Damage, Alter. Wenn ich meine Outdoor-Decks alle mal treppen würde, Alter. Nein, 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 diese Outdoor-Decks alle mal treppen würde, Alter. Der Wurzorn. Digga, wer... Ich... Wer soll, ich wäre dieser Argus nicht da gewesen, ich hätte beide gefickt. Ja, nice, Thanatos. Alter, fix sie. Komm, Loki, los, Blutha. Ach, verdammt, Mann. Also, wir hatten gestern... Was ist los mit mir? Wir hatten gestern... Hatten wir auch einen Loki. Wie ihr wisst, hassen wir Loki, also den Charakter an sich. Und, äh... Weil es halt immer so eine Split-Push-Charakter-Scheiße ist. Der Loki gestern, der... Hat mit dem Team gespielt. Das war schon wieder nice, Alter. Weil der hat sich immer, ähm... Der war halt in den Team-Fights immer irgendwie im Jungle hier so. Zum Beispiel waren wir hier in der Mitte, haben ein Team-Fight gehabt. Der war halt hier im Jungle und hat direkt halt den Carry rausgepickt. Und sowas. Und nicht irgendwie so eine Split-Push-Scheiße gestartet, so. So, wenn ihr Lokis, äh, im Team mitspielt, dann seid ihr halt viel besser, bitte, Alter. Spielt im Team, Alter. Hört auch mit diesem Split-Push. Ich mein, da hasst euch dann euer eigenes Team. Und der gegnerische Team. Freunde, ich komme. Okay, Leute, ihr wollt also hier... Oh Gott, Alter. Bedrohigt euch mal, oh Gott. Ah, Poseidon hat keinen Mana mehr. Komm schon, Loki. Nein, Bruder. Bruder, nein. Bruder, nein. Shit. Ah, ich glaube, es gäbe es echt verloren, Alter. Ich glaube, es gäbe es echt verloren, Alter. So, ähm, Streamer-Mode hin und her, was ich jetzt so alles gesagt habe. Ähm, die Circuit spielt Support brutal gut. Also, richtig nice. Könnte ich so niemals. Also, die, die mit... Also, Circuit ist sowieso... Jetzt nicht aufregen, wenn... Wenn jemand Support Circuit packt, weil... Äh, Su-Court, genau. Ähm, Support Circuit ist richtig nice. Wenn jemand damit umgehen kann. Und die kann es auf jeden Fall. Also, die ist damit gerade am abgehen. Ich würde sagen, die, äh, carried uns auch halber. Ich bin hier leider auch zu oft am Sterben gerade. Das ist ein bisschen blöd. Ich komme leider nicht von diesen ganzen, äh, Leuten weg, weil... Da ist einmal Argus, Digga. Dann ist einmal, äh, Sirketa, die mich nervt. Ich will hier gerade eigentlich die Goldfühle machen, Leute. Äh, nicht Sirketa. Da ist hier Rachner, die mich nervt, Alter. Gap, Zerbo, boah. Der Slow, alles, das ist, boah. Das ist hart. Vor allem, wenn man nur, wenn wir nur Sirketa als CC da haben, wirklich. Näh. Ähm. 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 Was sind wir eigentlich von? Guck mal, wir führen sogar mit Gold, Alter. Eigentlich dachte ich gerade, wir haben eigentlich jeden Teamfight gerade fast verloren, dachte ich. Haben wir doch auch, oder? So, schauen. Ähm. Junge. Wie viel... Aber das hat gerade gelackt, oder? Ich dachte, wie viel Leben hat die Goldfühle gerade in zwei Sekunden verloren. Obwohl, ach, okay, das ist jetzt 30. Minute, die Gäste, okay. Das ist normal. Okay, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir eigentlich? Sollte ich bei der Sirketa gammeln, weil die ist die einzige MCC, die mir Hera und so vom live heißen kann? Ähm. 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 Weil dieser Knock-Up und die zwei von Hera, Slow von Cerberus, alles, das fickt mich schon echt hart in den Teamfight. Und ich glaube, ich mache genug Damage, dass ich mir das gerade holen kann. Also wir werden schauen, ich muss echt, ich bin mir nicht sicher, ich muss schauen, wie es sich verhält, so. Aber ich glaube, das ist hier so das Richtige, was ich kaufen sollte. Weil ich entkomme einfach viel zu oft, entkomme ich nicht, weil ich einfach sie sieht werde. Und da reichen einmal Beats nicht aus. Sirketa ist links, Alter, ja, die sollten wir gehen. Ja, alle nach links kommen, 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 kommen. Weil der Gap ist rechts, die ist links alleine, Alter. Ja, sag ich doch, Alter, ich hab, ich hab's gebraucht, hätte ich gehabt, keine Beats gehabt, wär ich's. Tod. Tod, Digga, Tod. Irgendwer, man muss tanken, kommt schon. Ah, das ist scheiße. Das ist halt das, Alter, wir haben, wir haben drei Assassins, keiner kann tanken. Fire Giant kommt auch gleich. Hm. Das ist vor der Zerberus wahrscheinlich, oder? Ja, das ist halt das, so. Nur Sirketa ist sie, und sie kann's zwar tanken, aber sie ist die einzige, die, äh, hier peelen kann, wirklich. Und dann noch gleichzeitig hier wenig zu tanken, das ist, das ist einfach zu hart gegen den Gap und Zerberus vor allem. Das ist zu hart, Alter. Ich tap nicht mal mehr, die Minion. So. Ich glaube, ich werd meinen Slow als meine passive benutzen, damit ich die wenigstens ein bisschen von mir auf Abstand halten kann. Bruder, was machst du da, Alter? Mann, Loki, Alter, was machst du denn da, Alter? Oh, nice, der Ultima. Ja, nice. Oh, nice, nice, nice. Kommt schon, bitte. Nein, das Game ist verloren, Alter. Ja, das Game ist verloren. Scheiße. Tut mir leid für die Sirket, weil die, die hat so hart versucht zu carry. Scheiße, Digga, noch, noch ein, noch ein Loose. Was? Ja, Diggi, was will sie da machen, die Arme? Aber guckt euch, die haben, wie lange sie überlebt. Gegen perfekten vier Leuten. Und die hat einen noch gekillt. Also, wie krass ist das denn, bitte? Alter, die lebt noch. Digga, die, Alter. Alter, jetzt. Aneroki, Phoenix oder so? Äh, hallo? Alter, Loki-Spieler. Ich nehme alles zurück, Loki-Spieler. Ich hasse euch, Alter. Wenn du so ein Loki-Spieler bist, der einfach nur... ...chased nach einem Kill, dann. Ja. Hahaha. Ist egal. Ich kann schon mit dem, Bruder. Oh, okay. Oh, okay, oh, okay. Nice, Alter. Jawoll, Digga. Uhu, uhu. Shit, 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 shit. Okay. Digga, oh mein Gott, ich gewinne. Ich glaub's ja nicht. Außer, ich sterb gerade. Ich brauch Leben, Digga. Alter, Leute. Ich brauch Leben, Alter. Ach. Gibt's hier... Hier, gehst du nicht mal Harpis, Digga. Ich brauch Leben. Komm, schauen. Das könnten wir... Alter, das hätten wir so gewinnen können. Hätte ich Leben gehabt. Ja. Fuck, Mann. Ah, jetzt bin ich 60 Sekunden weg. Soll ich mir mein Lifestyle holen? Nee, an sich nicht. Ich glaub, ich brauch echt Gin-Sales, Alter. Ja, jetzt ohne Witz, ich hol mir Gin-Sales. Verdammt, Mann. Ey, die Sirkette hat das so gut gemacht, den Phoenix. Ungelogen, mach das jetzt mal nach. Ich könnte das... Im Leben könnte ich das nicht mit Sirkette, Alter. Die hat dagegen... Das waren gegen vier Leute oder fünf Leute, glaub ich. Vier Leute mindestens. Die hat einen gekillt, hat den Phoenix verteidigt und hat sie noch weggelockt und hat überlebt, Alter. Krass einfach, krass. So, ähm, wir verlieren den linken Phoenix. Warum juckt keinen von uns der Phoenix, Digga? Die verarscht, die ging nur so hart. Ich find das so geil. Guck mal, guck mal, würde ich jetzt auch drauf scheißen, würden wir den Phoenix wahrscheinlich fast schon verlieren. So, ich mach jetzt wieder meine, meine, mein Healing. Komm, Digga. Wenn der Cerberus nicht gewesen, hätten wir das beenden können, Alter. Boah, das ist so ein langes Game. Schon wieder. So, ich back mal. Ich will hier nicht gegankt werden. Speedy Poseidon, Alter, was geht. Ach, Bombasmas. Und Schamans Ring. Okay. Ach, Mann, Loki, Alter. Okay, wir werden es hier gut hinkriegen. Nice. Ich brauch wieder Healing. So, ich blink jetzt einfach. Scheißegal, ich pushe die Wave hier. Ich glaub, das ist okay, kann das sein. Die sind noch in der Mitte, Alter. Kommt schon, lenkt die ab. Kommt schon, lenkt die ab. Der Gap kommt gleich. Gleich. Ach, ich kann nicht mehr enden. Im Leben nicht. Glaub ich. Glaub ich. Außer den Gap juckt es gar nicht los. Nein, Digga. Die Arachne hielt sich mehr als ich. Dying is bad for you. Attack the Titan. I'm over here. Ah, nicht alleine Poseidon. Bruder, nicht alleine. Also der Gap hat, der Gap hat aufgegeben, glaub ich. Scheiße, Digga. Ja, an sich juckt es mich nicht mehr, ob wir Surrendern oder nicht. Weil es ist Late Game, ist es mir jetzt eigentlich schon krass egal. Aber es ist Ranked, deswegen ist es mir schon wieder nicht egal. Es geht immerhin um Punkte. Ähm. Ja, meine Teammates Frauen, ja, Alter. Ah, okay, okay. Ah, das hat sich an Late Game an Dings. An Smite, ehrlich gesagt. So. Late Game gewinnt, ehrlich gesagt, nicht das beste der Team meistens. Sondern das Team das Scheiße baut, Alter. Ja, wir haben verloren, Digga. Digga, Leute, schade, ich dachte vorhin, Alter, wir haben es geschafft. Aber leider nicht. Tut mir leid für die Sir Cat, man, weil die hat so versucht, hauptzukarrien, man. Und ich glaube nicht, dass sie das schaffen wird, weil die gehen jetzt zu fünft auf den Titan. Obwohl, die hat volles Leben, Alter. Und es ist nicht Sir Cat, Alter. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, ne. Was will sie gegen fünf Leute machen? Auf einmal so. GG. Schade, schade, schade. Ja, Leute. Gebt mir eure Meinung zum Streamer-Mode. Ich glaube, die meisten können es wahrscheinlich auch nicht leiden. Äh, ja. Schönes Game, trotzdem lustiges Game. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Lautweil. Ciao. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch von Herzen. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Die Worte sind für uns von yanlış�� gon und w Telefonk-Sensatz. Untertitelung des ZDF, 2020